Oh wow, das ist ja eine riesige Nutella. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Wow. Hey, Wednesday, was machst du da? Gib sie zurück. Ich bin jetzt dran. Nein, gib das zurück. Herzlich willkommen bei einer neuen Challenge. Ich frage mich, was in dieser Box drin ist. Ich bekomme schon Gänsehaut. Ja, das ist schon interessant. Ich hoffe, da ist ein Kalbshirn drin. Ene mene Mist, es krabbelt in der Kiste. Ich fange an. Oh wow, das ist ja Kaugummi. Kaugummi, wie langweilig. Ich hoffe, ich kriege was Besseres. Ein schwarzer Luftballon? Unklar. Lass mal herausfinden, was da drin ist. Oh, da ist auch noch eine Kiste drin. Was ist denn da? Hm, eine lebendige Kakerlake. Nicht schlecht. Ich weiß auch schon, wie du mich glücklich machen kannst. Hallo, mein Kleiner. Mach dir keine Sorgen. Wir werden Freunde sein. Ich kann's kaum erwarten, diesen Kaugummi zu probieren. Ich glaube, das reicht mir für ein ganzes Jahr. Aber ich kann das auch an einem Tag aufessen. Wie lecker, lecker, lecker. Und jetzt wird's Zeit für ne Kaugummi-Blase. Sieht so aus, als würde Enid schon wieder herumspinnen. Wir haben hier nicht genug Platz. Hey, wo ist meine Kakerlake hin? Ah, das sieht interessant aus. Ups. Was war das? Oh nein, wieso habe ich eine Kakerlake auf dem Kopf? Nehmt sich sofort ab. Ein schwarzer Kuchen? Soll das ein Witz sein? Der ist voll gruselig. Und wieso hat Wenz den rosanen? Ich hasse diese Farbe. Ich glaube, das ist ein Fehler. Aber ich bin so hungrig. Ich könnte den Kuchenprotz hinprobieren. Mh, voll lecker. Das ist ja ein Schokobrownie. Und was ist da drin? Wow, da ist noch was Leckeres drin. Ich habe noch nie sowas gesehen. Das sieht aus wie Erdbeermarmelade. Mh, Erdbeerglasur. Das macht Sinn. Ich gieße sie über den Kuchen. Und schon wird er rosa. So mag ich ihn viel mehr. Jetzt sieht mein Kuchen viel hübscher aus. Es wird Zeit, dass ich ein Stück abschneide. Oh, wie toll. Eiskaltes Händchen. Lass mal nachschauen, ob in diesem Kuchen auch was drin ist. Ich sehe, du hast was gefunden. Oh, wow. Das ist ja toll. Typisch eiskaltes Händchen. Na mal sehen, was da drin ist. Das sieht einfach schrecklich gut aus. Sind das etwa Gummiwürmchen? Gar nicht schlecht. Damit kann ich meinen Kuchen sicher verzieren. Mh, je mehr, desto besser. Eiskaltes Händchen. Na los, willst du etwa in den Kuchen springen? Das war nicht gerade die beste Idee. Geh mir sofort aus dem Weg. Oh, die Arme. Ach, dem geht's gut. Oh, was für ein gruseliges Eis. Diese Totenköpfe sind wirklich fürchterregend. Ja, du hast Glück gehabt. Und ich hab nur so ein Fruchteis. Fang du an. Ich riskiere es mal. Oh, wow. Das schmeckt ja toll. Dieses Eis ist so süß. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Ich hab Glück gehabt. Ja, natürlich hast du Glück gehabt. Mal sehen, was ich da drin habe. Ah, ist das etwa eine scharfe Chilischote? Hm, schmeckt besser, als ich gedacht habe. Ich muss mal reinbeißen. Ich mag alles, was schön brenzlig ist. Mh, Fegefeuer. Genau das war es wert. Mh, wie lecker. Oh nein, bloß nicht mein schönes Eis. Was hast du angerichtet? Jetzt ist es geschmolzen. Und eiskaltes Händchen ist ausgerutscht. Oh, wow. Was für ein toller Drink. Hm, meiner sieht schön düster aus. Die Frage ist, ob das auch schmeckt. Wer will anfangen? Darf ich anfangen? Ich verspreche, dass ich diese Köstlichkeit im Handumdrehen fertig habe. Mh, was für leckere Gummibärchen. Toll. Oh, wow. Das könnte ich ja als Strohhalm benutzen. Mach, dass du wegkommst. Das ist mein Drink. Probieren wir mal. Hm, gar nicht schlecht. Gefällt euch mein drittes Auge? Oh ja, schmecken tut das schon. Ich will trotzdem was probieren. Mh, richtig lecker. Annette, hab ich dir nicht gesagt, du sollst die Finger davon halten. Den Strohhalm nehm ich dir weg. Ich muss dir eine kleine Lektion erteilen. Äh, nett. Ach du meine Güte. Sieht so gruselig aus. Mann, das ist urkomisch. Hm, diese Augen schmecken köstlich. Oh, wow. Was für eine Schönheit. Schwarzer Lippenstift. Ich will meine Lippen nicht färben. Mal sehen, vielleicht ist da ja eine Überraschung drin. Dieser Lippenstift riecht verdächtig süß. Eindeutig. Ah, hab ich mir doch gedacht. Das ist was Leckeres. Hey, Wednesday, soll ich vielleicht ein Foto von dir machen? Schau mal, ich hab ein rosa Fotoapparat. Zack, Tschüss. Und noch mal. Und noch mal. Okay, ich muss zugeben, du siehst nicht gerade so gut auf Fotos aus. Aber dafür sind in meiner Kamera Süßigkeiten drin. Voll toll. Hm, und schon hab ich was gesnackt. Ups. Wer ist denn das? Ah, du bist es eiskaltes Händchen. Du willst meine Kamera? Natürlich, bitte sehr. Brauchst du Hilfe? Ah, das schaffst du selber. Na, wie auch immer. Kannst du bitte ein Foto von mir an Wednesday machen? Na, komm schon. Sag Tschüss, Wednesday. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss. Dschüssi, tschüssi, tschüssi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017